Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovits Reich, meinst du? Timerien und Edom gibt es nicht mehr. Radovitt hat versprochen, die alten Grenzen wieder herzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Das sagen die Könige doch wohl immer. Halt! Gehen wir? Gehen wir? Gehen wir verähen? Gehen wir? Okay. Ich glaube, Treib. Ist er weg? Ja, komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Tja, wir arbeiten ja eigentlich nicht umsonst. Aber er hat uns ja auch nicht angeheuert. Theoretisch wären wir keinen Preis ausgemacht. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not. Wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Fingerkron machen. Es heißt, auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge. Die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Ja, schön. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Tja, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Hat er hier noch was, was man mitnehmen kann? Die hat es zerlegt. Und den hoch. Ja. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monsterirre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Und so haben die Leute einen Hexen gehabt und so geschnappt. Mach langsam. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Auf bei ihm. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien. Die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Die hatten ja schon... schon Wuppen zu viel. Jetzt kommen die... Was? Hexen? Mit solchen ungeziefer Mutanten trinke ich nicht. Dann haut er ab. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat einen Verwandten, Bram, angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, essen und trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Ach, nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Okay. Kann man auch noch anders verstehen. So, was hat sie denn hier? Ah! Gewinnkarten. Können wir uns die leisten? Bräuchte noch ein bisschen was zu essen eigentlich. Boah, das können wir uns alle nicht leisten, gerade. Wir müssen erst mal Geld verdienen. Hm. Ich glaube, die müssen wir uns später kaufen, hier die Karten. Ich glaube, Alkohol sollten wir nicht kaufen. Aber wir finden, glaube ich, so viele Sachen. Wollen wir einfach mal die Kisten durchgehen. Nehmen wir mal die Gewinnkarten mit. Kann man schon was verkaufen? Was haben wir denn so? Hm, okay. Ja, wir haben noch gar nicht. Schau bitte. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, Pfeilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, äh, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Richtig gut. Danke. Für alles. Es ist schwer, sie zu vergessen. Richtig gut. So, ich glaube, jetzt trinken wir erstmal ihn. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterisch bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Das haben wir doch schon. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Okay. Der ist ja nett. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißgerl hast du's aber gezeigt, Mieszko. Okay. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kabert Mieszkos Verstand! Mhm. Und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Doch, guck mal. Da ist er ganz klein gleich. Okay, also so helle konnten die jetzt nicht sein. Das Zeichen kann nur Kleingeister, glaube ich, einnehmen. Wir können aber nix mitnehmen, ja? Ach, guck mal, das ist eine Truhe. Nochmal. Es gibt vier Farben. Vier was? Lager. Ach so, da können wir unsere Sachen reinmachen. Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen. Nicht für Märchen. Wie dem wir alle von ihr nicht versprechen. Das ist so geil. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fließt wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Folianz stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sagt das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Okay. 1-0-4. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gewind? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Hm. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Ich mag Wind. Was haben wir denn hier? Was brauchen wir? Boah, ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt. Ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt. Okay. Macht keinen Sinn. Wir haben ja noch was stärkeres. Ja, zieh. Alles. Gut, das ist ja unser erster hier. Unser erstes Spiel. So stark würde er ja nicht sein. Okay, unsere Combo haben wir schon mal. Der ist auch nicht schlecht. Okay. Okay. Also Leute, falls ihr das Spiel an sich nicht kennt bei Gwent, wir haben verschiedene Ebenen. Also, Nahkampf, Fernkampf und Belagerung. Und dann hier quasi verschiedene Karten, die die Zonen quasi beeinflussen. Also, der hat ja jetzt hier meine Einheiten quasi geschwächt. Und mit dieser Karte könnte ich jetzt zum Beispiel das wieder aufheben. Schön, dass wir das sagen. Er hat meine wieder sieben. Ziel ist es quasi, zwei Runden lang die höchste Punktzahl zu haben. Er hat ja, ihr seht da jetzt neun quasi. Also, alle Punkte da werden zusammengezählt. Und bestimmte Karten haben halt einen Effekt. Die hier zum Beispiel, wenn ich zwei mit demselben Namen habe, also blaue Streife, dann verdoppelt sich die Stärke von beiden. Ja. Quasi so ist unser Karten. Er hat zum Beispiel die Fähigkeit, dass meine Belagerungseinheiten plus eins brauchen. Ne, also werden nochmal stärker. Können wir jetzt so quasi einfach mal die hier spielen. Und man hat halt auch eine bestimmte Anzahl an Handkarten. Ne, man zieht keine nach. Außer man hat ne Karte, die das sagt. Läuft bei ihm. So, jetzt ist nämlich die Frage, wenn ich jetzt noch ne Karte lege. Er hat noch vier Handkarten, ich hab fünf. Ne, das heißt, ich kann noch eine legen. Aber ich bin schon im Vorteil. Ah, das ist auch sehr strategisch, ne. Er wird jetzt, denke ich mal, ah ne, er wird nicht aufgeben. Okay. Aber er müsste jetzt, äh, noch fünf Punkte aufholen. Deswegen werde ich jetzt, äh, quasi passen. Ne. Wenn ich gepasst habe, kann ich keine Karte mehr spielen in dieser Runde. Ne, und, äh, gebe ihm quasi die Chance, die Runde zu gewinnen, wenn er genug Karten spielt. Aber das kann er anscheinend sein. Ich hab 21 zu 20 gewonnen und hab jetzt für die nächste Runde noch vier Karten und er hat nur noch eine. Ne, und, äh, ja. Wir haben ziemlich, äh, viele Karten, die stark sind. Damit werden wir nächste Runde auch gewinnen und haben das Spiel insgesamt gewonnen. Er hat nur noch diesen, äh, nicht in Ebel. Und wir haben keine Fernkampfeinheiten, ne. Also das Schwert heißt Nahkampfeinheit. Zack, also wir brauchen jetzt noch groß spielen. So, wir haben schon gewonnen. Zack. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stiep an. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber gewinnt spielt er wie keins weiter. Ich denke dran. Danke. Und, äh, wenn man die, äh, Spiele gewinnt, ähm, kriegt man tatsächlich eigentlich immer eine Karte. Lieber Freund, verzeiht mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Lüsima und schon das Pferd nicht. Nicht, ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten, weder ungeduldig noch sonst nicht. Deine liebe Freunde, gerne mal. Achso, genau, das war die Werte, das ist ja alles, ja. Schön, ne? So, wir haben ja, guck mal was, die sind schon gegangen hier. Wir können immer noch nichts mitnehmen. Aha, geht. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Sie erkennt schon mal ihren Namen. Ihren Namen hab ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht. Mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Auf den Titel, das sei er richtig stolz. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter O'Dimm. Zu deinen Diensten. Vagabund. Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister. Und Mann des Glases. Ach, ich weiß, wer das ist. Okay. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Okay, der kann... Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Nee. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten. Mitten in der Nacht. Schwarz-Weiß, Stachelbeeren und... Ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Das werden wir uns sehen mit dem Allwissen. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Das war der größte Wink mit dem Vorfall, den ich je gesehen habe. So, haben wir jetzt alle gesehen? Mit dem haben wir gesprochen. Tjo. Mit dem haben wir auch gesprochen. Wir können immer noch nichts mitnehmen. Achso, wir müssen raus. Okay. Ich habe eine Chance. Ausgetrunken! Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht! Okay. Drei gegen einen. Ich finde den gut. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chad, Lesch, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Also, ich würde den Schein auch mitgezogen. Oh, ja. F complacido! Oh, ja. Oh, ja. Hat's wehgetan? Das ist ja gut. Also, ey, was du getan? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. Oh, ja. Oh, ja. nicht nachlassen ja so ein bisschen mit dem du bist tot das geht gut 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 warte zu treffen hier ok guck mal da drauf So, jetzt können wir uns endlich mal umgucken hier. Schau mich nicht so an! Er hat gezappelt und geschlungen. Komm, wir haben sie ihn gekauft. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entfüllt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Ich weiß nicht, wie soll ich das Wasser schützen oder nicht? Wir müssen uns verwerden. Aber Tosley sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Na, du hast aber nicht. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar Gewinnkarten. Okay. Ne, doch nicht. Ui, timersche Rüstung. Okay. 35 mehr Rüstung. Oh, je, je, je. Wir haben nicht mal annähernd so viel Gold. Ich glaube, da müssen wir erst mal arbeiten gehen. Ich glaube, das kann man noch gebrauchen. Ich glaube, das kann man noch nicht machen.